Junge, Junge, Junge. Das war Eckstreich. Jetzt bin ich irgendwie von hier drüben nach hier drüben gefahren. Ja, gut. Tang, es ist Wei. Bleib auf dem Wehrtap. Ich erwarte, Sang zu machen, dass es einen Erdnungs-Kidney-Transplanten gibt. Er hat bereits den Telefon. Aber Wei, sie haben auch den Donor genommen. Es ist Calvin. Dein Freund, Calvin. Ich muss ihn warnen. Sie sagen, er ist in Zentral. Sie sind bereits nach ihm. Aber warte, du kannst ihn nicht sehen lassen. Der einzige Weg, wie du wirst wissen, dass er Probleme ist, ist, wenn du ein Körger bist. Was, 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 was? Was ist jetzt los? Sie wollen alle wieder anrufen, um zu schauen, was, 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 was sie zu sagen haben. Und plötzlich muss ich Calvin warnen. Wo sie hinter ihm her sind. Danke für gar nichts, scheiss Navi. Das Navi führt mich voll in die Scheisse rein. Das Navi führt mich voll in die Scheisse rein. Ich muss doch da runter. Ich... You know what? Ich fahr jetzt hier runter und dann rechts. Zum Glück hat man hier fünf Minuten Zeit für das. Sonst hätte ich ein Problem gehabt. Sonst hätte ich ein Problem gehabt. Ja. Das ist ja so. Ich fahne. Ja. Ich fahne. Mit der Kanko ist das. Ja. Ich fahne. Oh, wir fahne. Ich fahne. Ich fahne. Sorry. Ich fahne. Ich fahne. Und ich fahne. Shit. Sie haben ihn schon. Halt an, komm schon. Halt an, komm schon. Was soll ich denn mitnehmen? 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 Das Cabin haben wir gerettet, zum Glück. Und hier gibt es gleich noch ein Tresor und eine Kamera. Komm schon jetzt Stufe 10. Nice one. Arztkittel. Mich würde ja interessieren, ob jetzt wirklich jemand irgendwann kommt, um den abzuholen oder nicht. Aber wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube nicht, dass das Spiel so gut entwickelt ist. Was soll ich denn mitnehmen? Was ist das für eine Alarmanlage jetzt? Hat jemand ein Auto geklaut? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wo geht aber die Kamera denn hin? Okay. Wahrscheinlich ist gerade einfach niemand hier, weil ich das Auto hier abgegeben habe. Denke ich mal. So die Mission abgegeben habe, so. Aber kann ich dir helfen? Undercover Polizeifacht. Nice. Oh, ich wünsche mir, dass ich das Leben leben könnte. Nur für einen Tag. Geile Karre. Kann ich jetzt bitte dorthin fahren? Roland, wie geht's? Hast du nichts? Nein, aber nicht. Ein anderer Moron. Er läuft ein Massage Parler. Er hat viele Kunden, aber ich habe nie meine Geld. Geile ihm eine Lehre. Okay, das ist sowieso gut. Okay, sicherlich macht er mich. Ach so, jetzt muss ich genau direkt dorthin. Hm, doof. Wollte ich nicht, aber okay. Das Auto ist ziemlich nice. Auch wenn es mega laut ist. Schöne Aussicht. Schöne Aussicht. Das Auto ist grunds angegas. Eigentlich könnte ich mit diesem Auto gar nicht bei ihm auftauchen, weil sonst weiß ja, dass ich eine Gruppe bin. Ich kann ja doch einfach dorthin fahren. Wir gehen gleich zu checken, nachdem ich die zwei Orte hier abgekloppt habe. Shit. Obwohl es auch schaden, das heißt, wir sind jetzt schon in der Mission dringend. Sonst würde es ja keine Minuspunkte dafür geben. Komm, ich gehe trotzdem mit dem Fahrzeug, der Tele ist ja egal. Ich hab's geklaut, so. Ich habe einen Mann auf. Hey, Jackie. Let's head to Kennedytown. I'll explain on the way. So what's the plan? We're going down to the shipyard. 18k are bringing in a big shipment of jewelry. Goods from a big heist they pulled in the States. I guess they'll figure it'll be easier to sell here. But here it's good stuff. Diamonds, rubies. Could be a good payday. Yeah, could be. Listen. You sure you want to do this? Maybe we should take a few days off. You don't look so good. I haven't been sleeping too well. Not since that day. Yeah? Every time I close my eyes, I see that guy. Damn. Whoa! Maybe he didn't deserve it, I guess. It's just... Man, I don't know. Sometimes I wake up and I have this bad feeling. It's... I've never had to be a good time. I've never had that before. That's why I want this job. Low key. Good payday. Man, I'm starting to think that... What? Nothing. Nothing. How's Jumay? She's good. She's good. I haven't talked to her in a while. Come on, Jackie. She was your dream girl. Yeah, I know. But maybe when we're done this job, I'll give her one of the pieces. That's great Jackie. You know, she'll love it. Hmm. That's a lot. I'm gonna check here. Let's wait till it gets darker. Hey! What? Here. Put this on. I'm gonna check you, check you. Hey, wait. You ever think about what you're gonna do after this? After what? All this. I mean... They're not exactly cut out where anything else are. I guess not. You always have options, sir. You think so? I don't know. No. The jewels were in the van over there by the container. What if it's locked? No problem. There are heavy duty tools in the shed just over there. You get the tools, I'll scout the containers. Meet me there when you have something to cut the block. Okay. So then, she says to me, I don't do that on the first date. What do you mean? Hey, what are you doing here? Hello. Uh... Garbage collection. Oh, sorry brother. Didn't recognize you. Okay. Ich geh dann mal rein, ne? Auf die ganz normale Art und Weise. Ich geh dann mal rein, ne? Auf die ganz normale Art und Weise. Hey, who are you? Hey, keep your voice. I'm speaking into that warehouse up there and you make way too much noise. If you don't shut the hell up, I'll have to slit your fucking throat. Uh... Oh, sorry. You won't hear me again. Ja, hoffentlich. What? Hab ich ja noch nie gesehen hier drin. Das Schloss knacken gibt's hier auch. Irgendwie cool. So ein bisschen Mafia Style mäßig. Nice. Ne Säge. Wie gut, dass hier ein Auto steht. Security Auto. Egal. Jaaaal! Ich glaube, das war's. Junge, das muss sehr weh tun. Mit der Säge auf die Fresse geschlagen. Und dann schau mal die Fresse. Geht ihm weg, fuck them! Leute, das muss so weh tun. Das muss so weh tun mit der Säge. So lasse ich mich hier auch immer auf die Chubs mit Jackie ein. Das ist bestimmt nichts hier. Jackie. Das ist nichts hier, ich sag dir's. Wow, ne Tasche. Ach, kommt schon. Muss das sein? Ne. Das ist doch mit Jackie laufen nie gut. Soot. Komm schon, komm schon. Was ist das, was ich hier mache? Muss ich das machen? Ich weiß nicht. Aber ich schätze mal. Was ist das, was ich hier mache? Ich schätze mal. Ich schätze mal. Ich schätze mal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich dachte, das war es für mich. Ich würde dich nicht verlassen, Jackie. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß nicht, Wey. Es ist egal, was passiert, Jackie. Ich werde dich nicht verlassen. Ich komme immer zurück. Hey, danke, Wey. Ich würde mich hier nicht ohne dich sein, Mann. Ich weiß es. Ich würde mich immer erheben. Ich würde mich machen, die ich zurückkennen. Das ist nicht Ihr, Wey. Ich weiß, was ich, was ich über viele Dinge. Ich denke, was ich. Das ist nicht unsere Freundschaft. Die Dinge, die passiert sind. Das sind meine Aufgabe. Ich weiß das. Das ist doch, Wey. Das ist okay, Wey. Du musst nichts sagen. Wir sind Freunde, Mann. Wir sind Freunde. Und da wären wir auch schon. Let's do it. Follow me. Das let's do it. Follow me. Wir sind fertig. Fuck. Muss das sein. Ein schwerer Verrat. Ricky, wir müssen reden. Komm in die K-Bar in Soho. Ernsthaft. Penru, dieser Scheisskerl. Ja. Whatever Fine. Mach again. 好.